Schau mal, ich habe ein schönes Geschenk für dich, Matthias. Ja, ja, ich kriege nur fettreduzierende Geräte. Ja, wir müssen ein wenig in Form bleiben, oder? Tatsächlich. 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 Was da drin ist. Also, wenn es ja schönere Sachen werden, könnte man fast meinen, es ist Weihnachten bei den vielen Päckchen, ne? Ja. Aber so, solche Weihnachtsgeschenke, Leute, wünscht sich kein Mensch. Nein? Nein. Das sind Stoppfacher. Kannst du noch was machen? Für den Ganzen wahrscheinlich noch so, ne? Das ist eine Teil des Zähnen. Alles sieht doch schon mal gut aus, oder? So, bauen wir es dann zusammen. So, jetzt tue ich hier diese zwei Verstellteile reinmachen. Da kann man das dann stellen, wie steil das sein soll. Umso steiler es ist, umso schwerer ist es. Zumindest habe ich das gehört, wer weiß, ob es stimmt. Werden wir sehen. Dann tue ich hier diese Puffer da rein. Wir sehen uns. So, das ist der erste Schritt. Wir hatten die zwei Hände nach oben falsch. Jetzt muss man es noch einmal abmachen und noch einmal neu verschrauben. Jetzt kommt hier, oben kommt jetzt das Messgerät, zum Zählen kommt er dran, dann wird es hier verbunden und als allerletztes kommt jetzt nur noch die Abdeckung da hier drauf und dann war es das schon. Dann ist das Gerät einsatzbereit. Ja, super schön, Matthias. Wolltest du das auch gleich mal ausprobieren oder soll ich es ausprobieren? Ja, dann werde ich das mal ausprobieren. So, hier haben wir jetzt den Fünf-Minuten-Shaper, der eine traumhafte Figur bei einem Fünf-Minuten-Training am Tag verspricht. Hier, das Bäuchchen soll davon weggehen. Jetzt werden wir es gleich mal ausprobieren, oder? So, draufknien, festhalten und dann anziehen. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfte, 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 sechzehn, zebzehn, fünfte, 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 Ich bin nach 34 Sekunden schon fertig, aber wir werden uns steigen. Ja, es geht auf Bauch, Arme. Auf alles geht es. Aber richtig volle Granate. Einfach entspannen und die Seele bormeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub. Zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote. Jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg im E-Center und unter fella.de.